Hallihallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video meinerseits. Ich bin's euer Stefan und heute geht es mal wieder um etwas ganz besonderes. Ein neues Let's Make wird gestartet. Ihr kennt ja die Let's Make Reihe hier auf dem Kanal. In der Regel zeige ich euch dann in mehrteiligen Video rein wie ich irgendwas bestimmtes tue. In der Regel ging es hier immer darum irgendwie alte Macs aufzurüsten, aber diesmal geht es tatsächlich um ein anderes Produkt und deswegen stehe ich auch hier ausnahmsweise mal von meiner Nerd-Wall und eben nicht von meinem klassischen Schreibtisch-Setup. Denn heute wird es oder geht es um dieses gute Stück. Den klassischen Nintendo Gameboy DMG. Hier sogar in der klassischen grauen Farbe mit den schönen Purple Buttons, dem schwarzen Steuerkreuz und den schönen grauen Start- und Select-Buttons und dem absolut beschissenen Display hier. Und ich nehme es schon mal vorweg, es wird genau um dieses beschissene Display hier geben, denn wir werden diesem Gameboy zumindest ein Teil der Funktion dieses guten Stückes hier spendieren. Und ich weiß nicht, ob ihr das Teil kennt, das ist der Super Gameboy für das Super Nintendo Entertainment System. Im Grunde ein Adapter, in dem ihr hier oben ein Gameboy Modul einstecken konntet, dann habt ihr das Ganze als Cartridge in euer Super Nintendo gesteckt. Und in der Folge konntet ihr dann eure Gameboy-Spiele auf dem Super Nintendo spielen. Das heißt, ihr konntet die mobilen Games vom Gameboy auf einmal stationär zocken, wie ein Super Nintendo Spiel, dann natürlich auch mit eurem Super Nintendo Gamepad. Und ihr hattet darüber hinaus eben auch die Möglichkeit, die Spiele einzufärben. Und das ist ziemlich nice. Und wie gesagt, ich habe es ja gerade schon angedeutet, ich werde meinem Gameboy DMG eben ein Teil der Funktionalität spendieren, denn der Super Gameboy hatte noch mehrere Funktionen. Ihr konntet Rahmen hinzufügen, konntet sogar auf den Bild rumkritzeln und so weiter und so fort. Aber es geht hier insbesondere um die Farben und darum, dass wir eben, wie eben schon angerissen, dieses grausige Display, was auch schon damals im Jahre 1989, als das Gerät vorgestellt wurde, eigentlich eine Katastrophe war. Ich frage mich heute manchmal wirklich, wie ich auf diesem Gerät überhaupt spielen konnte. Ich meine, ich habe Spiele wie Kirby's Dreamland auf dem Gameboy gespielt und natürlich auch Tetris. Und ist das noch möglich gewesen bei diesem schlechten Display? Ist es insbesondere bei Spielen, die ein bisschen später kamen, ich denke jetzt zum Beispiel an die Donkey Kong Land Reihe, nahezu unmöglich gewesen, wenn man dann da schnell hin und her springen musste, überhaupt noch irgendwas zu erkennen. Also irgendwie fragt man sich aus heutiger Sicht wirklich, wie man jemals auf diesem Teil zocken konnte. Der Gameboy Pocket war im Grunde auch noch ziemlich fratze. Natürlich war der der Kontrast ein bisschen besser, aber im Grunde ist es erst mit dem Gameboy Color einigermaßen erträglich geworden. Allerdings fehlte dem Gameboy Color ja eben auch noch etwas entscheidendes, was ja dieses gute Stück hier beispielsweise hat. Nämlich dieser gemoddelte Gameboy, den ich euch ja auch mal hier auf dem Kanal vorgestellt habe, den ich fertig so bestellt habe, weil hier ist wirklich der Fall ist, dass die Original Hardware des Gameboys modifiziert wird, erweitert wird, dass hier Chips reingelötet werden müssen und da fängt es halt auch schon an. Ich kann nicht löten und ich habe auch keine Lust, meinen Gameboy zu schrotten, deswegen hatte ich den seinerzeit fertiggestellt, bin da zufällig drauf gestoßen. Es handelt sich hierbei um die sogenannte B-Wert Mod und ich denke mal, man sieht schon zum einen, dass das hier beleuchtet ist und zum anderen, dass der Kontrast ein bisschen besser ist als bei dem Original Display. Aber das ist eben auch nur die halbe Miete, denn die Modifikation, die ich jetzt im Rahmen dieser Videoreihe mit euch gemeinsam durchführen möchte, die ist tatsächlich eigentlich gar nicht so schwierig, wenn man nicht unbedingt zwei linke Hände hat und sich ein bisschen Zeit nimmt, am besten das Ganze an einem Wochenende performt, dann sollte man das hinkriegen und ja, was man braucht, um das eben hinzukriegen, das werde ich euch jetzt mal zeigen. Das heißt, wir wechseln jetzt mal die Perspektive, dann zeige ich euch das Set, was ich gekauft habe, um diese Mod zu performen und aus diesem grausigen Gameboy Display ein richtig gutes Display zu machen, eben mit Funktionalitäten des Super Gameboys, wie ich das meine, das werdet ihr dann im Rahmen der Videoreihe noch sehen. Das heißt, wir schauen uns jetzt mal an, was in diesem Set, was ich aus Fanost über Ebay bestellt habe, alles dabei war und dann sehen wir uns hier gleich nochmal für eine kurze Abmoderation, wenn wir uns das angeschaut haben. Bis gleich! Als erstes haben wir hier einen Satz Schraubendreher und den braucht ihr mit Sicherheit, denn zumindest die Tri-Wing-Schrauben des Gameboys werdet ihr ohne diesen Schraubendreher wahrscheinlich nicht aufbekommen. Hier haben wir ein neues Gehäuse samt Membran und Knöpfe und einem etwas größeren Cutout, denn das neue Display ist 11% größer als das Originale. Ja, und hier in dieser schönen Plastikschale ist dann das neue Board, denn hier ist eben nicht nur ein Display in dem Set dabei, sondern eben ein neues komplettes Frontboard, weil ihr das eben vollständig tauschen werdet, wie wir im nächsten Video sehen werden. Ja, hier haben wir dann die Kontakte für die Knöpfe, einen neuen Lautsprecher und ein Kontrastwheel, zumindest sitzt es an der gleichen Stelle, hat aber nun eine andere Funktionalität, was wir dann in der Folge auch noch sehen werden. Ja, und in dieser Plusterfolie, die ich jetzt da in der Hand habe, ist dann letzten Endes das Display selbst drin, auch nochmal geschützt, nicht nur durch die Plusterfolie selbst, sondern eben auch hier durch so eine Isolationsfolie, dass damit nichts in Kontakt kommt und so weiter und so fort. Und hier hole ich dann jetzt eben das Display raus, ist ein bisschen frickelig da mit der Folie, aber hier könnt ihr es jetzt sehen, inklusive neuem Controllerboard, wo dann die Funktionalität drauf steckt. Ja, und hier auch ganz wichtig, eine neue Schutzscheibe für das Display, die in dem Fall auch aus Glas ist und ebenfalls einen größeren Cutout aufweist, damit eben das Display auch komplett, ja, sichtbar ist und da nichts abgedeckt wird. Und hier sehen wir jetzt eben das Display nochmal ein bisschen im Close-Up. Wie eben schon gesagt, es gibt ein eigenes Controllerboard, wo eben die Funktionalität draufsteckt, die dieses Display mitbringt, sowie neue Flexkabel. Ihr könnt ihn natürlich auch in dem Fall bei dem Großen das Alte benutzen, aber es ist auf jeden Fall auch ein Neues dabei. Ja, und hier seht ihr dann nochmal die Rückseite vom Display, die so ein bisschen spiegelt und auf der Vorderseite ist natürlich auch noch eine Schutzfolie drauf, damit ihr während des Einbaus da nichts verkratzt oder sonst irgendwie verhunzt. Und zu guter Letzt, was auch sehr praktisch ist, wie ich finde, haben wir hier eine Einbauhilfe, im Grunde 3D gedruckt, die uns dabei hilft, das Display zentriert in das neue Gehäuse einzusetzen, ohne dass wir da irgendwas ausmessen oder sonst irgendwie platzieren müssen. Und dann haben wir hier noch so einen selbstklebenden, doppelseitig selbstklebenden Streifen, um das Ganze richtig zu befestigen. Und hier nochmal die Beschreibung vom Artikel selbst. So, da bin ich nochmal für die obligatorische Abmoderation. Wie ihr gesehen habt, tauschen wir tatsächlich das gesamte Display aus, beziehungsweise das komplette Frontpanel, beziehungsweise Frontboard, wenn man so will. Das heißt, im Grunde wird nach dieser Modifikation von meinem Original Game Boy nur noch das Motherboard selbst, samt Cartridge-Slot, CPU, RAM, beziehungsweise den Batteriekontakten übrig bleiben. Und alles andere wird wirklich komplett ausgetauscht. Das heißt, neues Gehäuse, neues Display, und zwar aus Glas, nicht aus Plastik. Das heißt, das verkratzt dann auch nicht so schnell. Also Displayschutz meine ich natürlich. Das Display an sich ist auch neu. Und ja, das heißt, im Grunde bleibt von dem Original Game Boy wirklich nur das übrig, was auch am wichtigsten ist letzten Endes, nämlich das Herzstück. Selbst die CPU, der RAM, das Cartridge, der Cartridge-Slot, der Cartridge-Slot. Ja, und die gesamte schäbige Displayeinheit aus dem Jahre 89 wird komplett über den Haufen geworfen und eben ersetzt. Und wie das dann geht, das schauen wir uns im nächsten Video an. Ich würde mich freuen, wenn ihr da dann auch wieder einschaltet. Wenn euch dieses Projekt hier interessiert, lasst es mich gerne über ein Däumchen wissen, abonniert auch den Kanal, aktiviert das Glöckchen, dann kriegt ihr auch mit, wann der nächste Part kommt. Würde mich auch sehr freuen. Generell möchte ich mich nochmal bedanken für den Support zuletzt. Wir stehen aktuell bei 728 Abonnenten. Das macht mich sehr stolz und sehr glücklich. Ich wollte eigentlich auch irgendwann nochmal ein Special raushauen. Ich schaue mal, wie und wann ich das mache und werdet ihr damit aber auf jeden Fall auch mitkriegen. Ich poste jetzt hier auch immer fleißig über den YouTube-Kanal selbst im Community-Tab, den ich ja seit dem Erreichen der 500 Abonnenten nun auch zur Verfügung habe. Weiterhin könnt ihr mir natürlich auch auf den sozialen Medien folgen und da auch schauen, was so abgeht. Denn da poste ich natürlich auch regelmäßig alles rund um den Kanal, rund um neue Projekte, Videos oder auch einfach mal so irgendeinen Krempel. In diesem Sinne würde ich mich freuen, wenn ich euch da irgendwo wiedersehe und wieder treffe und ansonsten würde ich mich jetzt aber für dieses Video erstmal verabschieden und würde mich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten dann auch einschaltet, wenn es dann mal im Gameboy an den Kragen geht und wir ihn dann hoffentlich erfolgreich modifizieren und wirklich richtig gut machen werden. In diesem Sinne, ich bin raus, bleibt gesund, euer Stefan. Ciao.